Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 6. Nach dem letzten Absturz sind wir wieder hier im Lyceum und ich habe einfach mal die Zeit genutzt und mal Darkoth gefunden, wo er ist und mit dem wollen wir doch jetzt gleich mal reden. So, da fragen wir uns gleich mal wegen dem Seer des Mondsteins. Okay, also wenn wir in die Gemeinschaft reinkommen, sollen wir Ihnen einen Gefallen tun. Oh, über diesen Anschluss der Mani haben wir ja schon gelesen gehabt. Ähm, da haben wir aber was gehört gehabt. Okay, das heißt wir sollen dieses Dokument finden und so ihn bringen. Ähm, das heißt eine neue Quest wahrscheinlich, oder? Ja, der Seer des Mondsteins. Äh, Darkoth erläuterte, dass es vor vielen Jahren einmal eine Gruppe namens der Kult der Wahrheit gegeben hat, hab, hat, dessen Prophet Alizarkanan das verbotene Tat und einen sehr gefährlichen Zauberspruch zu Papier brachte. Anjo Sermani. Wenn ich diese Schriftrolle zu Darkoth zurückbringen könnte, könnte er mir vielleicht eine Mitgliedschaft in ihrer geheime Sekte ermöglichen. Ja, das wollen wir doch mal machen. Hier steht zwar keine Angabe drauf, ähm, wo das genau ist, aber ich hab da schon mal nachgeschaut. Ähm, als ich geschaut hab, ob der wirklich derjenige ist, mit dem ich reden muss. So, und zwar müssen wir zu dieser Insel hier. Ja, und ich würd sagen, das machen wir, dann segeln wir zu der Insel, danach segeln wir zurück und treten nochmal mit Darkoth. Ich denke, das wäre doch eine relativ gute Idee. Ist da was? Ich kösse das ganze Ding jetzt ab. Wo ist es dann? Na ja, okay, ich seh's jetzt hier grad hier nicht. Da ist es. Moonglow. Kösse mal das Ganze doch ab, müssen wir nicht die ganze Zeit runterrennen. Machen wir es doch lieber so. So. Badum, badum, badum. Da ist der Weg. Äh, wir müssen aber in die Richtung. So, passt, ich sag doch besser. Und dann... Nein, das ist doch der falsche Weg. Die Richtung. Dach doch grad. Was sag ich denn da? Was mach ich da für einen Stoß grad wieder? Egal. Da liegt auch noch der Bär. So, wir gehen zum Schiff. Und dann gehen wir mal zu der Insel. Und dann kommen wir hierher zurück. Wir haben am Hafen, glaub ich, angelegt. Das heißt, wir müssen kurz im Moonglow rein, um zum Hafen zu kommen. Ich bin ja mal gespannt, ob meine Informationen stimmen und diese Insel wirklich die ist, wo wir auch hin müssen. So. Und jetzt nach Western. Dann haben wir wenigstens schon mal diese Insel erkundet. Da unten ist ja auch noch eine, wo wir erkunden müssen. Oder solchen zumindest. So, jetzt geht es nach Norden und dann müssten wir genau drauf kommen. Schauen wir mal, ob das auch so stimmt. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Bitte mal anzulegen. Okay. Was ist das? Erl. Nico. Okay, ich weiß nicht, ob mir das jetzt so gefällt. Ich speichere jetzt mal und dann laufen wir mal hier außen rum, hätte ich gesagt. Ich kann die, glaube ich, auch angreifen. Aber, okay. Okay, das ist auf jeden Fall eine große, große Hütte. Was ist das da? Oh, da ist sogar was. Können wir sogar brauchen. Sehr schön. Was ist denn das genau? Heile Mali aus Britain. Okay. Ich frage mich, ob dieser Zauberspruch vielleicht Matt im Blauen Eber helfen könnte. Da können wir natürlich dann auch mal vorbeigehen. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt frage ich mich allerdings, müssen wir die erledigen oder können wir einfach so rein? Die machen uns nix. Na gut. Ach, da ist der Eingang. Okay. Da ist, glaube ich, nix, was wir gerade brauchen. Was ist damit? Ach, toll. Ne Falle. Na ja, aber jetzt, wo die Falle ausgelöst ist, schauen wir mal rein. Ach, ist aber im Besitz. Na toll. Ja, okay. So viel dazu. Was ist das? Oh, da sitzt auch jemand? Äh, ja. Dann lasst uns mal mit dem reden. Beziehungsweise wahrscheinlich... Müssen wir noch warten, bis, äh, dieser magische Schlaf aufgehoben ist. Was jetzt ist. Gut. Lassen wir uns nochmal mit dem hier reden. Okay, wer bist du denn? Lorcan. Okay. Okay. Ah, wir auch immer. Äh, was war das jetzt für eine Dings? War das eine Quest Twist? Ne, das war irgendwo... ...ein anderer Eintrag. Naja, wie dem auch sei. Haben wir hier irgendein... Da haben wir noch was? Na, das ist aber auch nichts, was wir brauchen. Was ist mit hier? Hm. Ach, das ist auf der anderen... Ja, okay. Und wenn nicht, schauen wir uns mal die Bücher so an. Dieses eine Buch da mit Lorcans Dings hat sich hier relativ interessant angehört. Wenn nicht, tue ich es einfach wieder zurück rein. Äh, naja, so viel dazu. Ja, das können wir nicht mal lesen. Kannst du das vielleicht jemand anders wieder geben? Das war das hier. Und ich glaube, das hier. Lass uns mal kurz hier noch reinschauen. Was sind das für Bücher? Können wir auch nicht lesen. Und das hier. Hm. Oh, Moment. Telefon. So, da bin ich wieder. Wo waren wir? Ähm, ja, genau. Wir wollten die ganzen Bücher anschauen. Ob da was dabei ist, äh, von diesem Zauberspruch. Dass ich es einfach nur nicht, äh, vom Titel her richtig identifiziert habe. Das könnte ich mir nämlich auch vorstellen, dass es so ist. Okay. Dann haben wir da nochmal einen. Da hat man ja auch schon reingeschaut. Hm. Das können wir auch nicht lesen. So, aber einen Käse esse ich jetzt. Es müsste aber hier eigentlich gewesen sein. Also, so habe ich es gelesen gehabt. Ah. Hier ist, äh, irgendwas gerade passiert. Hm. Was ist hier gerade passiert? Ich schaue erst noch kurz hier rein. Hm. Irgendwas ist passiert, aber ich weiß nicht genau, was. Ah, da ist was rausgefallen. Okay, jetzt sehe ich's. Alles klar. Okay, da war anscheinend eine Seite mit drin. So, da haben wir auch diesen Sauber. Jetzt hören wir uns auch trotzdem noch. Aber also tatsächlich im Buch drin. Aber anders als ich gedacht habe, dass es der Buch, dass es das Buch ist, wo das zu der Fehler sein könnte. Und also, wo das Ding drin sein könnte, war es dann tatsächlich nur, äh, im Buch drin. Das ist heute im Buch drin. Naja, gut. Ich glaube, dann haben wir jetzt alles hier sogar noch ein bisschen mehr bekommen. Als ich gedacht habe. Dann wollen wir mal ins Schiff gehen und zurückfahren. Hm. Ich glaube... Hey, jetzt heißt es heute vielleicht noch mit hochkommen. Hallo? Rein hier. Ah, die zwei Betretenes und zwei weitere verlassen das Schiff. So, jetzt aber. Jetzt speichere ich auch noch. Ich lege jetzt gar nicht mehr den Moonglow an, sondern fahre einfach nach Osten rüber. Ich glaube, das würde passen. Dann sind wir relativ in der Nähe vom Museum, wo wir anlegen. Ich glaube, das würde ganz gut passen. Das müsste doch das Museum jetzt sein hier, oder? Ah, da liegt auf jeden Fall nochmal schwarze Perlen. Die nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal mit. So, wir müssen also noch ein bisschen weiter nach Norden. Äh, ich lege mal hier wieder ein kleineren Dings an. Dann vergessen wir das nämlich nicht, wo es ist. Und dann lasst uns mal... Oh, noch mehr Perlen. Dann lasst uns mal nach oben gehen. Zum Museum. Und auch mal mit dem Dings reden. Mit der Goth. Ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Und anschließend würde ich nach Chu gehen. Mit diesen Stormreden. Wegen dem Schiff. So. Aber erstmal mit Dagoss reden. Ich hoffe, der ist noch in seiner Behausung drin. Ich hoffe, der ist nicht hier. Doch, das war hier und er ist nicht da. Das finde ich jetzt aber nicht toll. Die Flora haben wir dann 5 Uhr abends. Ich bin vielleicht in der Taverne, aber wo waren wir noch in meiner Taverne? Wenn ich speichere ich nochmal und dann warte ich, ob der jetzt noch mal kommt. Ich denke, früher da spielt... Oder ist er das? Habe ich mir gerade noch nicht übersehen gehabt, einfach? Da ist er doch. Ich habe ihn gerade echt übersehen gehabt. So, Seah des Mondsteins. Ja. Okay, und das bedeutet das jetzt? Wahrscheinlich müssen wir dann nochmal mit den anderen Mediessen in Chalum reden. Ja, okay. Dankeschön. So, was haben wir denn jetzt alles? Ach, Aufgabe erfolgreich abgeschlossen. Okay. Das hier ist abgeschlossen. Sehr schön. Wie ist da die Frage? Okay, das wird wahrscheinlich immer noch so drin sein. Da hätten wir wahrscheinlich, um diese Quest abschließen zu können, diesen Sauberspruch in unser Zauberbuch eintragen müssen. Die Überreste finden und dann das machen, diesen Zauber auswirken, um ihn zurückzuholen, um diese Quest zu lösen. Aber nee, das muss nicht sein. Das hört sich an, als ob der Zauber ziemlich gefährlich wäre. Nee, das war es auch nicht. Das hier war es. So, mit Agana haben wir Kontakt aufgenommen. Und das soll man noch mit Silivan Kontakt aufnehmen. Das können wir dann auch noch machen. Vielleicht machen wir das jetzt, bevor wir nach Chu gehen. Oh, Moment. Dieser Stab, den können wir noch mitnehmen, wie es aussieht. Nett. Ja, nett. Aber ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge dann weiter. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.